So, hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Let's Play Catherine. Ja, ähm, um kurz auf die Story kurz einzugehen, damit ihr Zilka wisst, was euch hier erwartet, es wird ein, ihr werdet quasi ein Anime gucken. Die Sachen, also die Spiel, das Spiel an sich, was man spielt, ist nicht sehr viel. Ab einem bestimmten Punkt wird es mehr, aber gerade am Anfang wird es viel, viel zuschauen sein. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr am Anfang, nein, ich will das nicht noch mal gucken, nein, ich will das nicht noch mal gucken. Ja, machen wir. Wo war ich jetzt? Genau. Also nicht wundern, wenn ihr mich jetzt nicht so oft hören werdet. Ich werde natürlich nicht zwischen den Sequenzen reinquatschen. Außer ich bin total geschockt, das könnte passieren, aber großteils nicht. Habe ich ja bisher noch nie wirklich so gemacht, ist nicht so meins. Würde ich sagen, starten wir einfach, lasst euch überraschen. Das Einzige, was ich noch anzusagen habe, ich werde den bösen Weg gehen, weil ich den guten halt schon kenne. Also ich kenne das Spiel schon und ich will wissen, wie der böse Weg ist, ehrlich gesagt. Und da ich das Spiel ist ewig schon, bestimmt schon seit zwei Jahren, als ich playen wollte, aber irgendwie immer was im Weg kam, bei mir und andere Spiele und planen sowieso und überhaupt kam es halt nicht dazu. Aber ich bin froh, dass wir es endlich mal spielen können. Wir werden natürlich normal nehmen. Äh, ja, normal wird relativ, relativ schwer. Also, wir werden relativ oft schwer, beziehungsweise ich. Ich spiele hier trotzdem. Aber, ja, jetzt nur easy reinzugehen, weiß nicht. Nee. Du musst ja Erfahrungen spielen, ja. Die Welt ist eine Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler. Shakespeare. teachings of Spiele. Und? Immer houseaufmes Pois Esther und Nach Tages zur emoth sur Sie. Unsonst athlete gibt es einenusause software. Und? Und? Untertitelung des ZDF, 2020 Nein. Untertitelung des ZDF, 2020 Kein Problem. Gerne. Ich mag Trisha. Die hat coole Haare. Auch wenn ich... Also, ich würde sowas nicht tragen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin ja gespannt, ob dieses Lied gesperrt wird. Es könnte auch sein, dass ich es... Ja. Entweder jetzt die ganze Zeit überquatsche. Das wäre wahrscheinlich das Beste. Oder den Hintergrund dann ganz leise mache. Ich weiß es noch nicht. Oder vielleicht rausschneiden muss. Könnte leider passieren. Könnte. Es kommt drauf an. Da ich das Lied jetzt auch nicht ganz einordne. Also, ich kenne es nicht. Ich kenne es nur von diesem Spiel. Es ist ja ein japanisches Lied. Das hört man ja. Hier werden alle vorgestellt. Quasi. Ich bin ja sehr gespannt, was ihr von der Story... Story halten werdet. Besonders, weil ich gleich den bösen Weg gehen werde. Wird wahrscheinlich ziemlich interessant für euch. Aber... Ähm... Ich kann für die Leute, die auch die gute Version quasi interessiert, eigentlich nur das Let's Play von Pandoria empfehlen. Ich hoffe, es ist für sie okay, wenn ich sie empfehle. Eigentlich mache ich sowas echt ungern, wenn die Leute nicht Bescheid wissen oder mir es nicht erlaubt haben. Ich kann für die Leute, die auch nicht erlaubt haben. Doch, leider schon. Ja, 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 ja. Das wissen wir. Das habt ihr nicht gesehen. Ja. Die Steuerung kenne ich eigentlich schon fast. Ich habe nämlich nur vorhin ganz böse verkriegt. Es tut mir also sehr leid. Die Kissen sind... Ich glaube... Ist das nicht auch unser Leben? Oh, oh. Das war schlecht. Das war eine dumme Idee. Okay. Das weiß ich. Dankeschön. Ich werde jetzt natürlich nicht lange rummachen, was das Tutorial betrifft. All right, ich habe es. Das ist sehr wichtig. Das weiß ich schon. Ich war mir gerade noch nicht mehr sicher, was die Leute da geredet haben. Deswegen habe ich das mal kurz gelassen. Ja, das weiß ich, Schnuckelchen. Nein. Das weiß ich. Nein. Ich hätte eine andere rausnehmen müssen. Nein. Das wollte ich nicht und das Geld haben. Eine andere rausnehmen. Ja, das sind Leute, damit wir gleich da sind. Ich bin nicht ungeneucht. Quatsch. Jo. Das war quasi das Tutorial. Also der Anfang ist ziemlich easy. Nichts besonderes. Yay, ich hab überlebt. Yay. Ja, total wenig Punkte. Scheiße. Ja, ja. Ist gut. Ich weiß, dass ich zu wenig Punkte hab. Ich wollte ja diese zwei blöde Münzen haben, Menno. Blub. So, jetzt geht ein Teil der Story los. Gah. Huh? Huhh. Huh? Ah! Uh, hello? Ja, 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 ja. Ich werde heute in der Code Review-Meeting. Really? Nein, nein, ich bin nur ein bisschen unter dem Wetter. Nein, nein, es ist okay, ich werde da, ja. Um, sorry. Immerhin geht der Wetter her duschen. So, are you getting anything extra for this? For what? For all this overtime you're doing. Oh, uh, not this time. This time? Do you usually get overtime pay? Well, no, but... So you don't get anything? Huh. Here, two sugars. Hey, Katherine. Have you ever had a dream where you... died? You mean like... where you're in danger? No. No, where you actually die. You're being killed or something. No. I usually do the killing in my dreams. No. Well, that sounds like you. What's that supposed to mean? Hey, how many years have we been together? Huh? Oh, man. How long has it been? It's been so long, I can't remember. Hmm. How many years? I'm asking you. It's just... My mother's been calling me up and asking how we're doing. Oh. She's worried about me. She knows I've got a career that keeps me busy, but... Yeah. I mean, it's easy to keep things like they are now, but... I don't know. And sometimes easy is best, right? I mean, who knows what will happen in the future? I suppose. She scheint nicht sehr begeistert. Mmm, lecker. And in other news, we have more on the recent string of unexplained deaths that seem to be exclusively involving young men. Cause of death is unknown, and while police are investigating accidental causes, foul play has apparently not... Hey, change it! The match is on! Oh, two beers over here! Coming! Catherine keeps telling me how her mother is constantly calling her. She says she's not worried about it, but... Oh, Feather's totally gonna take it, right, Vinny? I don't know what you think. So, who are you betting on? Come on, pick one! You kidding? Women's wrestling? What'd I know? The fight hasn't officially started, but this battle's already begun! Sounds to me... Like she finally wants you to tie the knot. You think so, too? What else could it mean? I haven't known you since we were kids, but... Wow. You. Married, huh? Hey, nothing's set in stone yet. What, you don't want to marry your girlfriend? It's not that. I love her, but... I don't think we need to run out and get married. You know, it's... It's like we're comfortable where we are. Are you? That's what she said. Her job's always most important to her. You know she's always been the ambitious type, right? It doesn't mean she'll always be like that. That's not what I mean. Besides, you're single, too. Hey, I'm still looking for my soulmate. I'm not like you. I've already told my girl that I'm not interested in marrying her. What if you never meet your soulmate? Then I'll never get married. So, what? That sounds just like you, Chief. Anyway... Did you hear about Paul? He's dead. Paul? Wait... That Paul? He's dead? Yeah. I heard he just got divorced, but he looked healthy. It's a complete shock. What happened to him? An accident? I don't know. Apparently his mother just found him dead in his room this morning. This morning? Wait, you mean... Yeah. The mystery death on the news? That was him. Holy shit! No way! Maybe we'll wind up dead tomorrow, too. Shut the hell up. Man, I hate the news. They're always trying to push their agenda for ratings. Toby, you are really easy to mess with. Well, speaking of crazy stuff this morning... I pissed the bed for the first time since grade school. What? That's messed up, man. I had a really scary dream. I don't remember what it was about. Oh, man. How old are you? 32. I know that. You know, I don't think I need to hear this. Shut up! I was really fucking scared, alright? Oh, where are you guys going? Stick around. I don't want to go home just yet. So? Why don't you have Katherine meet you here? You know, I just saw her today. Besides, she'd get mad at me if I told her. Ah, jeez. What does she see in this poor fool? Sorry, but I gotta be in early tomorrow. Don't drink too much, okay? Alright, take care, Vince. See you later. Ja, ja. Diese tickende Uhr werden wir noch sehr oft sehen. Sehr oft. Oh, ja. Sehr oft. You got mail. I got mail. Yay! From your phone, you can check your text messages and save. Yay! You can even reply to some messages. Be sure to read them when they come. Fantastische Neuigkeiten. Als Anerkennung dafür, dass du den Goldpreis in Schwierigkeitsgrad wie normal gewonnen hast, wären Freundin im Golden Teil ein tolles Geschenk für dich. Du kannst jetzt das Level Altar von Baby in den Angriff nehmen. Ich warte auf dich. Das ist quasi Trish. Das ist ja nur für uns Spieler, das ist ja nicht für Vince wirklich. Zu Textnachrichten. Verbringst du deine Zeit in Streuen und Schafe, erhältst du Textnachrichten auf dein Handy. Auf manche kannst du sogar antworten. Abhängig von deiner Antwort können sich Vince Gefühle und die Person, die er schreibt, ändern. Wird vorgesetzt. Auf Nachricht antworten. Wenn du die Eingabetaste drückst, wird eine neue Zahl für deine Antwort hinzugefügt. Drücke die Zurück-Taste um die letzte Zahl zu löschen und die Eingabetaste erneut um einen neuen Satz zu schreiben. Will sie den Satz mit dem du antworten willst, sei immer ehrlich. Das ist Catherine, unsere verdammt hübsche Freundin, muss ich sagen. Also ich finde sie hübsch. So. Ist natürlich Geschmackssache, aber ich finde sie sehr hübsch. Auf jeden Fall. Wie schon gesagt, ich treffe mich zuerst mit alten Freunden. Schon komisch. Die meisten sind bereits verheiratet und die Hälfte hat bereits Kinder. Alle zeigen Fotos von ihren Familien herum und irgendwie fühle ich mich dadurch als Außenseiter. Vielleicht wird das für uns auch eine Zeit, aus der Kuschel-Ecke zu entkommen. Ja. Ich muss sagen, ich verstehe Catherine. Die sind 32. Ich glaube sie ist ja genauso alt wie er. Oder mindestens 30, wenn ich nicht ganz bin. Aber 100% sicher bin ich nicht. Und ich bin mittlerweile auch selbst schon 25 und sag mir auch. Also wenn ich heirate, dann jetzt noch, wenn es möglich ist, so ab 30. Aber ich will nicht über 35 werden und dann noch heiraten. Wenn es natürlich so kommt, Pech. Aber dann will ich mich zu alt fühlen. Hört sich das doof an. Ich finde eigentlich so kurz vor 30 oder knapp nach 30 oder genau 30 ist eigentlich das perfekte Alter zum heiraten. Und die kennen sich doch jetzt schon mehrere Jahre. Die sind mehrere Jahre zusammen und er redet was vor wegen. Ja. Aber das ist doch gerade so toll. Bla. Naja. Oh, diese Antworten sind immer so nett. Na. Na. Darüber mache ich mir auch manchmal Gedanken. Na. Na. Ich finde das okay. Achja, nicht wurde. Ich will jetzt natürlich viele Sachen, die man schreiben kann. Man kommt auch an bestimmten Punkten. Das wird auch demnächst sehen. Wahrscheinlich noch in der Folge, je nachdem wie schnell ich jetzt bin. kommen wir auch an solchen Punkte, wo wir auch Fragen beantworten müssen. Ich werde nicht antworten, wie ich selbst denke. Nur so nebenbei. Sondern ich werde so böse wie möglich antworten. Apropos böse wie möglich. Was wollte ich vielleicht machen? Mein Kopf raucht. Ist das nicht eine nette Nachricht? Nein, eigentlich nicht. Aber ich will ja böse sein. Das war böse. Habt ihr es gesehen? Diese Anzeige da unten. Rot, böse. Blau, gut. Ja. Ich weiß. Wer stört? Glückwunsch, du hast L1 des unterirdischen Friedhofs erfolgs abgeschlossen. Wähle Preise im Handy, um deinen Highschool für L1 zu sehen. Dankeschön. Brauche ich nicht. Äh, nein. Achso, ich muss dein Handy speichern. Oh mein Gott. Das hab ich ganz vergessen. Sorry. Es tut mir leid. Ich wüsste gerne, wie alt die wohl sind. Leicht. Das muss Anne gewesen sein. Anne ist meine beste Freundin. Die hätte es auch mal probiert, oder? Doch, ich glaube, das war Anne. Das weiß ich nicht mehr. Egal. Das ist beide schon uralt. Von dem her. Wurscht. Aber ich will jetzt nicht ihren Spielstand überspeichern. Ich werde die Videos wahrscheinlich so 40 Minuten lang machen, denke ich. Weil so viel Stoff in diesem Let's Play kommt. Also in diesem Spiel. Das war's für heute. Oh, are you here? Oh, please, let's go ahead. Uh, hi. Excuse me. Mind if I sit here? Ah, it's you. What are you waiting for? Wir sind in der zweiten Nacht. Vincent ist wohl schon nach Hause, nachdem er sich mit einer netten, hübschen Lady unterhalten hat. Da seht ihr, wie circa, wie lange wir spielen werden. Stage 2. Kerkel der Verzweiflung. Erste Etage. Lass ich mal ablaufen. So, diese Blöcke hier, die kann man nicht schieben, aber es gibt noch welche davon, die kann man schieben. Die haben ein anderes Gesicht, glaube ich, was. Was? Warum will ich die eigentlich verschieben? Ups. Das war der von gestern. Er hat gerade gemeint, dass wir der von gestern sind. Sorry, ich wollte es nicht überspringen. Ich habe euch rechts gedrückt, weil ich den Block daneben wollte. Ja, das weiß ich. Der will mir jetzt nur erklären, dass ich mich hier hangeln kann. Das weiß ich aber schon. Wie man vielleicht merkt. Ja, komm, wir nehmen den. Ja, 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 ist gut. Mann. Das ist das Einzige, was bei neuen Let's Plays immer ein bisschen nervt, wenn man die Spiele schon kennt. Diese bescheuerten Torritels. Ich, äh, Torritels ist auch ein gutes Wort, oder? Apropos. Das ist total falsch. Ich kann ja da oben hier gar nicht so, ne? Ihr wisst schon. Äh, X, danke schön. Nicht wahr, die Steuerung hier ist ab und zu ein bisschen... Das... Hahaha, weiß ich doch. Ups. Das geht nur mit den Normalen, ja. Ah, ich... Wollt grad sagen. Wir versuchen natürlich ein bisschen Gold einzusammeln. Ja, ich weiß. Das sind unsere Checkpoints. Wenn wir sterben, fangen wir halt da nicht wieder ganz unten. Das war schon ganz praktisch. Danke. Werden wir noch sehen. Äh, ja. So. Ne, reicht noch nicht. Wow. Ich wollte den unteren nehmen. So. Jetzt aber. Ah, dass man das nicht überspringen kann. Furchtbar. Ah. Können wir es noch langsamer machen, bitte? Nicht schlecht. Oh. Ich hab eine Gold bekommen. Hätte ich in der ersten Stage eigentlich auch locker geschafft. Ich war nur zu faul. Und blöd. Ich hab ja ein bisschen Blödsinn gebaut. Gott. Wie ist es? Du hast überleuchtet. Wer bist du? Das Hebe? Ich sehe wie ein Hebe? Du bist das Hebe. Jeder hört das Hebe, aber ich. Ich erinnere mich diese Hälfte. Wer bist du? Wo ist dieses Ort? Ich wünschte mich. Eine Sache für sicherlich ist, wenn wir nicht gehen, werden wir getötet werden. Getötet? Wenn du das Ort gesehen hast, wenn du das einmal bist, dann wird es wieder zurück. Du wirst 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 wieder zurück. Wir haben alle das gleiche Fade hier. Wenn du nicht wirst, dann musst du aufzunehmen. Wenn ich aufzunehmen, dann werde ich zu retten? Es gibt keine garantie. Aber schau dir das. Schau dir das Bell? Es ist wie eine Kirche oder so. Eine Kirche? Wenn wir auf die Oberfläche vielleicht gibt es einen Weg, zu weg. Also gibt es einen Weg. Wie gesagt habe ich gesagt, es gibt keine garantie. Aber wir müssen glauben. Es bleibt uns zu sagen. Es bleibt uns zu sagen. die Panik zuerst sterben. Du wirst mit all dem sterben. Ich werde das alles sagen. Ich werde das alles sagen. Ich werde das alles sagen. Ich werde von hier aus. Ich bin Angst, dass du auf dein eigenständig bist. Ich gehe jetzt. Nein, nein. Nein, nein, warte. Du wirst auch. Hey, hey! Ich kann nicht sein. Haa, japp. Hier kann man mit den Schiafen sprechen und speichern. Elec-Punkte ist das da? Das werden wir auch sofort tun. Neee, Ngurin. So. Ja, wie ihr merkt, die Schafe sind total verzweifelt und total vertrauenswürdig. Nicht. Nein! Ich hoffe, dass diese eine gute Entscheidung war, ist kein Weltuntergang. Mein Kala nervt schon wieder. Das werde ich jetzt mir nur von ihnen reinziehen lassen, weil... Am Ende ein paar technischen... Techniken dabei sind, die auch ganz gut sein können. Also, nicht wundern. Mit denen werde ich jetzt immer öfters mal reden. Ich habe es aber auch nur für das erste Mal übersprungen, weil nächstes Mal wäre es dann nicht überspringen. Das nicht jetzt... Achso, jetzt nicht böse sein. Aber die wollen in der Vergangenheit nur quasi helfen, großteils. Shuri, gleich. Lass mich noch das hier fährlich machen. Tja. Lieber Schärfchen, Mann, wie auch immer. Kann man die da hinten auch ansprechen? Ja, schade. Also, nochmal auf die zwei Schafe ja kurz... Ja. Und nochmal auf die zwei Schafe da hinten kurz... Ja, zu sprechen zu kommen. Die kann man halt jede Runde ansprechen, dann helfen die einem mehr oder weniger. Also, indem sie halt Techniken sagen. Man kann denen auch Selbsttechniken sagen, auf einer gewissen Zeit. Was ich auch machen werde, aber, äh, wie gesagt, ich werde aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viel Gutes mache, auch was sehen. Oh, okay. Also, wir müssen jetzt das Ende nehmen, weil das ist quasi, das Böse ist ja logisch. Weil damit sagen wir quasi, ja, oh Gott, Heirat ist voll schrecklich. Und damit würden wir ja was Gutes machen, ne. Also, ich würde normalerweise das dann nehmen, also nicht wundern, aber wie gesagt, ich würde euch jetzt auch jede Runde, wenn die Fragen kommen, sagen, was ich normalerweise nehmen würde, aber wer dann halt das andere nimmt. Außer es sollte doch mal was dabei sein, wo ich genauso denke, obwohl es quasi böse ist. Kann gut passieren. Der Welt wollte dich hier verabschieden, und wollte dich zu sterben. Es ist jemand, du wissen. Wenn du die Wahrheit hast, dann musst du zu leben. Aber, als du siehst, ich will dich zu der nächsten Trial. Die nächste Stage! Yay! Andere Spieler haben geantwortet. Hier sieht man jetzt, was die anderen Spieler geantwortet haben. Äh, die Mehrheit natürlich zu ihm entgegengenommen. Wundert mich nicht. Aber, ja. Apropos, gab's nicht irgendwie männlich und weiblich Version oder so? Ich konnte es nicht wechseln. Zuerst habe ich keine Taste dafür gesehen. Oh, geht das? Weil das schon ja jetzt nur online. Zählen ist das für alle? Ich bin verwirrt. Egal. Ja, Schnurri, gleich. Wollen wir noch die Runde fertig machen. Ihr hört, mein Kader nervt schon. Dööö. Der im Hintergrund, der arme. Oh. Oh. Ja, ich weiß. Dankeschön. So. Das war jetzt quasi ein Block. Den können wir auch jetzt in jeder Runde benutzen. Ach. Das vergesse ich immer wieder. Ja. Das weiß ich auch. Ich bin grad ein bisschen in Stress, weil Schnurri mich am Jaut. Vor den Schafen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Weil die einen quasi alles kaputt machen können. Ja, fick dich. Ich muss grad sagen. Wark ist ja nicht. Das weiß ich auch. Das halt, wenn man einen Block verschiebt, quasi. Was aber auch eigentlich nicht so unlogisch ist, ne? Oh, Mist. Wollt grad sagen, muss ich mir jetzt hier mal ein Ding mir wegnehmen. Was macht der da? Oh, ich hasse dich. Ich hasse dich. Die kann man runterschubsen, man kann sie auch töten. Es gibt auch, ich sag mal, böse davon. Oh, ich bin grad so gemeint, wo die grad aussperren. Komm. Ich bin mal so nett. Ähm, die ohne Geschicht, da kann man auch rausziehen. Nur die mit diesen Gesichtern drauf, die kann man nicht benutzen. Ich bin grad ein bisschen gestresst. Ich möchte Schnurrel eigentlich so schnell wie möglich rauslassen, aber... Ich kann jetzt das Spiel hier nicht abbrechen. Das funktioniert nicht. Oh, ich will doch eigentlich den hier so, ne? Mann, 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 Mann. Ach, fuck. Ach, fuck. Okay, machen wir's anders. Ich bin so gemeint. So. So, nochmal den und den. Äh. Manchmal hast ich die Steuerung. Ohne Witz. Obwohl, ich glaub, wir brauchen noch einmal, ne? Ja. Ach, das geht doch gar nicht. Was rie ich denn da? Äh. Kann man... Den kann man nicht rausziehen, oder? Nee. Okay, lass mich nachdenken, Leute. Schnurrel, du nervst. Ohne Witz. Du nervst. Ohne Witz. Und gehe ich um Tierlagen. Ich bin jetzt eigentlich auch knapp über der Zeit rüber, glaube ich. Circa. Es könnte auch genau pünktlich in der Zeit sein. Wie gesagt, ich will so circa 40 Minuten Videos machen. Und da schnurrel mich grad furchtbar nervt. Werde ich jetzt hier erstmal aufhören. Oh, ich glaube, es kommt noch Sequenz. Deswegen warte ich ganz kurz. Oh, zum Glück. Bitte redet jetzt nicht zu viel. Ohne Witz. Ich habe eine Idee. Eine Idee? Aber stopt die Spekulation. Es wird uns mehr verletzieren. Du solltest uns denken, was zu tun machen. Ich höre rumörungen von etwas großem. Das wird bald bald. Du bist jetzt aufhören. Was großem? Aber trotzdem, du hast wirklich den Händen. Es gibt nichts mehr, ich kann dir dir. Das kann nicht wahr sein. Komm, du hast etwas, du kannst mir sagen. Wenn wir lucky sind, wir treffen uns wieder. So, das weiß ich nicht alle schon. Sorry, dass ich jetzt total im Stress hier bin, aber wie gesagt, Schnurri nervt mich total. Und die Folge ist jetzt quasi eh schon voll. Also, bedanke ich mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Craft... Kathrin, meine Güte. Ja, Schnurri! Seht ihr? Also, bis dann. Tschaui!